Hallöchen, lang ist es her, beziehungsweise so lang glaube ich auch noch nicht, aber das letzte Video ist jetzt doch fast zwei Monate alt und ja, wir wollten jetzt einfach mal wieder ein bisschen was von uns hören lassen und das in Form eines News-Videos, da im Hintergrund natürlich trotzdem so einiges abgeht, auch wenn man im Vordergrund vielleicht ab und zu nicht so viel sieht, aber wir wollen euch jetzt mal auf den neuesten Stand bringen. Das nächste große öffentliche Ereignis für uns wird die Buch Berlin sein, die ist im November und zwar am 24. und 25. November, das ist gleichzeitig zur Frankfurter Buchmesse, allerdings haben wir uns bewusst dafür entschieden, jetzt mal auf eine kleinere Messe zu gehen, weil wir von anderen Autoren schon gehört haben, dass das einfach eine ziemlich entspannte Messe ist und wir es sogar geschafft haben, einen Stand dort zu bekommen und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit für uns mal, die Voysier auf eine ganz andere Art und Weise vor einem Publikum zu präsentieren, das vielleicht noch gar nicht so viel von die Voysier gehört hat davor. Damit geht für uns eigentlich schon so ein kleiner Traum in Erfüllung, den wir uns schon vor ein paar Jahren vorgenommen haben, mal einen Stand auf einer eigenen Messe zu haben, ging jetzt doch schneller als erwartet, ist auch doch nicht ganz so teuer und aufwendig wie gedacht. Wir müssen aber natürlich noch einiges dafür vorbereiten, weil wir auf dem Stand dann auch was herzeigen wollen und der Stand natürlich auch ein bisschen Eindruck machen soll. Also wir überlegen uns da schon ein paar Sachen, lassen Banner drucken, vielleicht nochmal eine große Karte, mal schauen wie das so wird, ein paar kleine Extras und so weiter, dass das auch alles schön aussieht und man da auch ein bisschen was erleben kann in Anführungszeichen an unserem Stand. Und was es da genau zu sehen geben wird, hängt natürlich auch zum größten Teil davon ab, wie weit wir mit unseren Projekten bis dahin kommen. Also geplant ist, dass es schon einen kleinen Einblick in unser aktuelles Großprojekt gibt, an dem wir immer noch im Hintergrund daran arbeiten. Aber da ist eben die Frage, wie ist der Stand bis dahin und was können wir da zeigen. Aber wenn es so wird, wie wir es geplant hatten, dann könnte man da schon ein paar Einblicke bekommen. Aber auch auf YouTube soll es jetzt endlich mal wieder weitergehen und zwar haben wir wieder ein bisschen das Konzept umgeworfen, wie wir es so gerne machen. Wir experimentieren halt immer so ein bisschen rum und ich habe ja mal diese Reihe Der Weg zum Buch angefangen, wo ich so ein bisschen dokumentieren wollte, wie es mit meinem Buch so läuft, beziehungsweise wollte ich das ja wirklich von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung inklusive Vermarktung und so weiter dokumentieren. Was dann leider nicht so ganz geklappt hat, weil das aus Australien doch ein bisschen schwieriger war, als ich dachte. Ja, das soll jetzt wieder aufgegriffen werden, allerdings mit einem bisschen anderen Konzept. Und zwar habe ich jetzt vor, es ein bisschen offener zu gestalten, da ich nicht mehr so strikt nach den Deadlines arbeiten will, beziehungsweise kann. Das hat den einfachen Grund, dass uns einfach die Erfahrung fehlt in dem Bereich und doch immer wieder Probleme auftauchen oder bestimmte Phasen einfach viel, viel länger dauern, als ich davor eingeplant hatte und so weiter und so fort. Und ich meine, im Vordergrund sollte ja doch stehen, dass das Buch, also das Endprodukt am Ende so gut wie möglich wird. Deswegen war meine Idee jetzt folgende, dass ich einfach immer Themen aufgreife, die mich gerade beschäftigen. Also schon aktuelle Sachen, an denen ich auch arbeite und diese dann in Videoform rüberbringe. Am besten so, dass man sich so ein bisschen austauschen kann, dass ihr vielleicht ein bisschen was lernen könnt, was meinen Schreib- bzw. Planungsprozess angeht oder auch, dass ihr mir Tipps geben könnt, mich verbessern könnt und so weiter. Das alles soll natürlich auch, wie es damals gedacht gewesen ist, mit wirklichen Einblicken in den Plot und in die Charaktere passieren. Also schon so detailliert wie möglich. Da sind auch die ersten Videos schon aufgenommen. Das heißt, die werden auch hoffentlich dann bald kommen und dann schauen wir halt mal, wohin sich das Ganze entwickelt. Es wird auch viel unregelmäßiger kommen, als es damals geplant war, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob damals eine Regelmäßigkeit geplant war, ehrlich gesagt. Es wird halt immer dann kommen, wenn ich auch eine Video-Idee habe bzw. wenn ich gerade an einem Problem sitze und das in ein Video verpacken will bzw. darüber reden will, weil sonst macht das irgendwie keinen Sinn. Deswegen, es wird wieder kommen, es wird sehr unregelmäßig sein und es wird einfach immer um Themen gehen, die mich gerade beschäftigen. Im Idealfall läuft die Reihe natürlich auch so weit, dass es wieder bis zur Veröffentlichung oder zur Vermarktung geht. Da ich allerdings noch nicht mal weiß, wie, ob und ja, ich das dann veröffentlichen will, steht das alles noch ziemlich in den Sternen. Aber geplant ist es, dass die Videoreihe eben das auch noch mitdokumentieren wird. Da ist halt gerade das Problem, falls man doch an den Verlag gehen würde, dass das alles immer ziemlich lang dauert und teilweise zwischen, falls es dann überhaupt einen Verlag nimmt, dass dann zwischen dem, dass es genommen wird und der wirklichen Veröffentlichung kann halt locker mal ein halbes Jahr bis Jahr vergehen, wenn nicht sogar länger. Das wäre halt dann auch irgendwie ein bisschen schade. Deswegen mal schauen, wie ich das dann mache. Aber das wird halt dann auch ein Teil dieser Videoreihe sein, dass ich mich mal damit beschäftige. Was sind so die Vorteile von Self-Publishing? Was sind die Vorteile von Verlägen? Und so weiter. Also während ich mir das quasi, dieses Wissen darüber aneigne, rede ich gleich mit euch darüber, dann könnt ihr mich verbessern und so weiter. Eine weitere Idee war, dass wir auf dem Kanal doch mal wieder die Voysia bezogenere Themen bringen. Also wir hatten jetzt mit den Hörbüchern Einblicke in unsere Welt bzw. in Teile der Geschichte. Aber wir haben uns das jetzt nochmal überlegt und wollen es vielleicht mal auf eine ganz andere Art und Weise versuchen. Zwar, ich glaube, das kann ich schon verraten, so mit einer Art, wie heißt das, Speedpaintings im Hintergrund, dass man quasi immer so einen Teil der Geschichte eines Volkes erfährt oder einen Einblick in die Kultur bekommt. Und dazu werden halt im Hintergrund Bilder gezeichnet bzw. angezeigt von unseren Zeichnern und so weiter. Mal schauen, ob das klappt, ob wir das so umsetzen können, wie wir es uns vorstellen. Aber es könnte eigentlich ganz cool und interessant werden. Wie gesagt, wird in dem Hintergrund, trotz, dass man nicht so viel davon mitbekommt, immer noch an dem Großprojekt gearbeitet. Also wieder ein Projekt, habe ich glaube ich schon mal erwähnt oder wurde schon mal erwähnt in einem Newsvideo, dass wir jetzt wieder an einem Großprojekt arbeiten, was halt jetzt das Nachfolgeprojekt des Weltenbuches ist, wo quasi alle die Voysia-Mitglieder daran mitarbeiten. Und es soll aber nicht ganz so lange dauern, wie das Weltenbuch, das doch drei, vier Jahre in Arbeit war. Und da sind wir weiterhin dran und eventuell gibt es sogar eine Ankündigung beim Forentreffen darüber bzw. schon genauere Informationen dazu. Wenn ihr allgemein immer auf dem Laufenden bleiben wollt, ist aktuell, denke ich mal, Instagram die beste Möglichkeit. Der Account von uns ist noch recht frisch, heißt auch einfach die Voysia. Und wir betreiben in der ersten Zeit so zwei, drei Monate aktiv, aber es macht uns sehr viel Spaß, gerade mit den Storys und so kann man auch immer mal schnell einen Einblick geben oder ein paar Gedanken loswerden. Und mit dem Post natürlich geben wir auch wieder Einblicke in die Voysia und unsere Arbeitsweise. Also wen das mal interessiert und wer immer auf dem neuesten Stand sein will, schaut mal bei unserem Instagram-Account vorbei. Zu guter Letzt jetzt nochmal zu dem Ereignis, das jetzt sehr bald schon ansteht und zwar das Sommerforentreffen. Schon am 3. August kommen alle die Voysia-Mitglieder wieder nach Bayern zu mir in diese wunderschöne Wohnung, von der ihr nur einen kleinen Ausschnitt gerade seht. Aber hier werden alle einquartiert. Wir arbeiten wieder über eine Woche, glaube ich, an dem neuen Projekt. Wir tauschen wieder Ideen aus, sammeln Motivation und Energie und hoffen irgendwie durch die Hitze zu kommen und trotzdem produktiv zu sein. Gleichzeitig schauen wir uns natürlich wieder das schöne Bayern an, werden vielleicht ein paar Berge erklimmen, mal schauen, wie weit ich die da hochschleifen kann. Und da wird es bestimmt auch wieder ein tolles Video geben dazu, in dem ihr dann erfahrt, wie unsere Zeit hier so war. Bei dem letzten Vorentreffen haben wir ja die Voysia-Bücher verkauft, beziehungsweise losgeschickt und eingepackt. Das war schon sehr spannend und dieses Mal wird es wieder ein bisschen arbeitsintensiver werden, hoffe ich, wenn wir es in der Hitze aushalten. Gut, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dann, macht's gut und ciao.